Willkommen mal im Retro-Sonntag. Wir spielen heute Super Smash Bros. auf dem N64 zu dritt. Das wird also ein herrliches Gekloppe und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, Versus-Modus-Rule. Ich bin immer für Stock, also jeder hat drei Leben. Mehr braucht man nicht einstellen. Und ich habe natürlich die Charaktere freigestaltet. Wir spielen tatsächlich auf meinem alten Speicherstand. Und das sind alle Charaktere, die es damals gab, ne? Richtig. Jetzt soll sich noch mal jemand beschweren, dass es ja wohl zu wenig gibt bei Smash Bros. Also, ich bin Spieler 1, ich spiele Pikachu. Wer ist Donkey Kong? Das bin ich, Spieler 2. Okay. Und dann ist Max Falcon. Captain Falcon. Punch! Oh, das wird gut. Ich würde sagen, wir machen random. Random? Welche dieser acht Stages? Oh! So, wir haben es aber lange nicht mehr gespielt. Das heißt, von der Steuerung werden wir uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen dumm anstellen. Okay. Bigger! Oh! Ja, dann wollte der Serving direkt wieder ein Special machen. Ja! Da macht Pikachu sich beide Platz. Das ist doch nicht zu glauben! Severin! Ja! Wir haben es doch verbündet! Wie macht man denn? Nein, das haben wir. Ah, okay. Gut. Ich muss mir erstmal wirklich reinfuchsen. Ja! Oh! Nein! Was zur Hölle? Ach nein! Schade, er hat dich gepuncht. Ach, der wird niemand in meinem Blitz gewesen. Ah! 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 So, jetzt beuge ich mich vor, Freunde. Jetzt ist... Ah! Jetzt beuge ich mich vor. Nein! Oh, du Bitter! Schmeiß doch Scheid-Items! Wie schmeiß ich denn die Items? Z! Wie, wie... Ah, okay. Ah! Glaubst du, das wird dir helfen? Hier! Oh! Hier ist eine Wolke! Oh Gott! Wie wir alles schon so viele Prozente haben! Oh! Da hat mein Falcon Punch nicht mehr genug gepuncht. Diesen Schlag kannst du ja auch aufheben, ne, Severin? Sag ihm doch nicht jetzt alles, wir müssen doch irgendwie... Falken! Geh mal auf die obere Plattform. Ah! Was? Ich laufe immer in deine Schläge rein, das ist überhaupt nicht dein Skill gerade. Das ist nur mein... Das ist dein Unskill. Mein Pech. Ah! Ah, fuck. Da geht er hin. Da geht er down! Jetzt habe ich auch Zeit... Nein! Oh, ja! Hab mich gerettet! Die scheiß Walk ist verschwunden. Ah, das gibt's doch nicht. Es passiert ab und zu mit Wolken. Ah! An dieser Stelle kann ich dann auch erzählen, dass ich... Ah! ...der natürlich keine Nintendo-Konsole hatte... Komm da, komm da! ...auf Feiern zu... ...ähm... ...ähm... ...das man auch gerade eingeladen wurde. Ja! Mit dem Problem, dass die anderen das alle konnten... ...und ich tatsächlich jetzt mit diesen paar... ...Minuten, die ich hier saß... ...in der Einleitung... ...mehr Infos über das ganze Spiel bekommen habe... ...als jemals zuvor. Das heißt, allein schon, dass ich... ...jetzt vielleicht eine Minute im Spiel war, ist ein neuer Rekord für mich. Ich hör nur... ...mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi! Los! Nein! Jawohl! Nein, aber dafür hast du dich tatsächlich gut geschlagen. Ich kenn das. Das ist, äh... ...wenn man überhaupt nicht drin ist in dem ganzen Scheiß. Ah, fuck die Kacke! Komm her, du! Fuck! Da, komm! Nein! Ja, ja, ja! Ein Falken ist doch... Nein, jetzt kriegst du auch noch ein Scheiß-Herz! Hier ist halt nichts mit Skills zu tun halt bei dir, ne? Ja... Das ist deine Taktik... ...mir zu erzählen, das hat nichts mit Skills zu tun! Ah, jetzt... Jawohl! Oh nein! Nein! Da fliegt er! Uh, doch gerettet! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Du willst jetzt, dass ich da rüber springe und mich dann... Fuck! Ah, verflucht. Na gut, konnte ich die Chance nicht nutzen! Ich hab schon viel zu viele Prozente, ne? Nein, nein, nein! Da wollte ich nicht hin! Ah, ah! Ja! Ja, ja, ja! Ich hab's langsam verstanden! Ah! Ba-bum! Ba-bum! Oh, das ist einer meiner letzten Retro-Song, der darf doch meist nicht gewinnen! Ja, ich bin mir gerade dann! Dein Vermächtnis muss lauten, niemals aufgeben! Das ist meine Message an die Leute, die uns das dann später hier... Nooo! Ah! 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 Verflucht, oh! So, das könnte ich schaffen, theoretisch, ne? Wieso kann jetzt nicht mal für mich hier ne Tomate kommen oder sowas? Ich hör immer... Entschuldigung! Oh, er hat mich! Oh, Alter! Da hast du mich mal... Alter! Komm rüber! Komm schon! Oh! Es gibt's doch nicht! Da hat er mich jetzt doch schon tatsächlich schon... Nein! Ja, ja, ja! Nein! Ja, ja, ja! Nein! Irgendwie vorhersehbar! Oh! Wie du mich wieder... Nein! Nein! Er hat mich nicht besiegt! Ich hab mich selber besiegt! Pikachu verdient gewonnen! Oh! Wie ich Pikachu hasse, Alter! Oh! Wenn ich den irgendwann auf der Straße treffe! Oh! Jetzt hab ich nicht mehr Samus! Ai, ai, ai! Bleibst du bei Doki kommen? Ja, ich bleib bei Doki kommen! Okay! Das war krass! Kann sich doch wieder nicht glauben! Verstehst du da? Jahrelang und dann... Sund! So, was konnte er denn? Ah, er hatte einen Rift! Oh! Okay, eine Wirbelattacke? Wie... Wie wäre erstmal die Fähigkeit... Es ist doch im Endeffekt... Du hast doch Smash Bros. 3DS auch gespielt! Die können doch noch genau das gleiche! Ich? Ja, ja, klar hab ich's gespielt, aber... Ich weiß ja, wie da unsere Matches abliefen! Es fing immer... Vielversprechend an! Und dann hab ich gewonnen! Und dann das... Wie er hier keinen Bogen hat! Ich hab mich irritiert! Okay, jetzt hab ich grad nicht aufgepasst! Ja! Da war ich ein bisschen abgelenkt! Ich komm noch wieder! Ja! Also... Nein! Lass mich losherbringen! Und den Punkt kriegt jetzt keiner, ne? Warum kriegst du denn den Punkt? Weil ich dich in die Lava geschmissen hab! Ja, du hast mich doch nicht in die Lava geschmissen! Das ist doch... Natürlich hab ich das! Das ist doch Quatsch! Ich hab dir den Laserball hier in den Kopf gedroschen! Oh, verdammt! Hab ich gerade ganz schön nach oben geschossen! Und da kriegt keiner den Punkt! Nein, nein! Lass ihn nicht das Herz nehmen! Ah! Ich hatte zwar noch keine Prozente, aber Hauptsache ihr kriegt's nicht! Toll! Ich glaub, mein Controller ist kaputt! Natürlich! Ah! Meiner auch! Jaja, das denkst du dir da, wa? Du Arschloch! Komm her jetzt! Hier hab ich das! Tut mir leid, ich wollte dich nicht! Das ist so meist bei Smash Buzzers! Jaja, schon gut! Tom, bitte! Ah! Stell dir doch nur vor! In was für einer Drucksituation! Ich fang schon richtig an zu schwitzen, ey! Oh, das war nicht so gut! Oh! Das war wirklich nicht so gut! Ah! Fuck! Oh nein! Wie? Du kriegst schon wieder einen Punkt! Ne! Ne! Da war ich ja nicht dran beteiligt gerade! Toll! Das ist wieder zurückgebammt! Nein! Jetzt wurde... Oh! Oh ja! Oh! Dass da keine Bombe drin war! Dann sind wir jetzt beide weg! Toll! Nicht funktioniert! Das auch nicht! Du bist einfach noch, was das angeht! Nein! Ich wollte gerade schießen! Eieieiei! Nein! Das war nicht schlau, was ich getan habe! Oh! Oh! Das war nicht schlau! Das war nicht schlau! Nein! Oh Gott! War das nicht schlau! Bitte, bitte! Ich mach's auch nicht wieder! Komm nicht wieder, Lama! Komm nicht wieder! Komm! Komm! Drauf! Ah! Ah! Der war wirklich gut! Ah! Ah! Komm schon! Also, ich werd das Ding nicht gewinnen, aber... Hast du auch in meiner Runde gerade gesehen! Ist alles möglich! Jaja! Weil du Tom heißt! Fuck! Zu spät! Nein! 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 Oh! Ey! Tom, ne? Kann ja über Tom viel sagen, aber... Dass er nicht Smashbarer spielen kann, das stimmt nicht! Oh! Oh! Ich wusste, das ist verflucht! Yes! Nee! Ach komm! Doch, doch, doch! Ja, verflucht! Oh! Zwei Dinge! Boah! Was tut das in der Hand wie? Ich hör dir gar nicht mehr zu! Goddammit! So sagen wir, jetzt müssen wir uns leider ein bisschen verbünden! Ja! Können wir uns hier... Können wir uns ins Team machen oder was? Ich hätte dich ausschalten können! Geht das nicht? Nein! Ich komm jetzt mit Team Battle! Jetzt könnt ihr Team machen, wenn ihr wollt! Nee! Wenn wir dann verlieren, ist das richtig böse! Dann offenes Turnier! Fuck's! Mit Kirby kann man hier noch schön... Ne, mach mal ohne CPU! Oh! Mit Kirby kann man hier noch schön äh... Leute einsaugen! Leute einsaugen von der Stage springen! So, das war's fürs Erste mit Super Smash Brothers auf dem N64 im Retro Sonntag! Dort unten haben wir noch weiter gespielt! Da wird's nochmal richtig intensiv! Vor allem zwischen Mats und mir! Aber das seht ihr dann! In der Mitte kommt ihr zum letzten Retro Sonntag! Und auf der anderen Seite zur letzten Folge von Gigatrevair jetzt viel Spaß beim Gucken! Spielt Super Smash Brothers! Egal auf welchem System, ist immer ein großartiges Spiel! Aber nicht gegen Trump! Doch! Doch! Tschüss! Tschüss!